Mach mal eine Messi-Therapie. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet, Bro. Ich kann nicht mal genau sagen, wie Messi aussieht. Wie das willst du sein? Messi, Papa Pi, ja, keine Ahnung, wie Messi aussieht. Keine Ahnung, ist Messi... Okay, pass auf, ich glaub, ich... Ich glaub, ich kann Messi ungefähr draw'n. Ich glaub, er sieht ungefähr so aus. So, hat kurze Haare, so ein bisschen breitere Augen und lacht nie mit Zehen. So wird Messi aussehen. So stell' ich mir vor. Alter, den Typen hab' ich noch nie gesehen. What the fuck? Bro, was? Ich dachte, das ist irgendwie so ein Spanier oder so. Hatte der mal ne Phase, wo der kürzere Haare hatte? Ah, der kommt aus Argentinien. Nee, längere mal. Messi-Therapie sollte wegen Unordnung, also Messi. Achso! Oh Mann, Digga, heute bin ich schwer vom Begriff, Digga. Komm, scheiß drauf.